Untersuchung Im Unterpunkt Untersuchung können Sie eine Überprüfung auf Viren und sonstige Malware starten. Die vollständige Untersuchung entspricht einem kompletten Scan Ihres Systems. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Auch die schnelle Untersuchung überprüft Ihren gesamten Rechner, allerdings handelt es sich hier um eine oberflächliche Resuche nach Malware, die dafür natürlich weniger lange dauert. Die Untersuchung von Objekten ist ebenso genau wie die vollständige Überprüfung, allerdings wird lediglich ein ausgewählter Ordner untersucht. Auch mit dieser Methode können Sie Ihre Dateien schnell prüfen. Wenn Sie eine der Überprüfungsarten starten, können Sie den Fortschritt in Prozentwerten ablesen. Es wird eine Prognose der Dauer gestellt und stets das momentan überprüfte Objekt angezeigt. Über Hinzufügen können Sie noch weitere hier nicht angezeigte Ordner für die Untersuchung von Objekten bereitstellen. Öffnen Sie nun das Fenster zur Suche nach Schwachstellen. In diesem Fenster können Sie über die entsprechende Schaltfläche die Schwachstellensuche starten. Kaspersky Internet Security beginnt sofort mit der Suche nach Schwachstellen im System und den von Ihnen installierten Programmen. Klicken Sie auf eine der gefundenen Schwachstellen. Sie können den Fehler mit Korrigieren ausmessen oder weitere Details dazu einsehen. Es öffnet sich Ihr Standardbrowser mit einer Supportseite, zur Verfügung gestellt von Kaspersky. Es wird Ihnen einfach erklärt, worin die Gefahr besteht und was Sie dagegen tun können. Außerdem können Sie angeben, ob Ihnen die Auskünfte weitergeholfen haben. Ihre Meinung hilft mit, die Beschreibungsartikel so kundenfreundlich wie möglich zu halten. Bei Systemschwachstellen handelt es sich meist um falsche Einstellungen, welche Kaspersky Internet Security für Sie berichtigen kann. Programmschwachstellen sind hier schon eher ein Problem, da Kaspersky Internet Security diese nicht selbst beheben kann. Innerhalb der Schwachstellensuche können Sie lediglich verhindern, dass die Meldung angezeigt wird. Durch Programme verursachte Sicherheitslücken werden vom Hersteller mit Patches behoben. Auf der geöffneten Seite müssen Sie bis zum Punkt Lösungen nach unten scrollen und das für Sie passende Update installieren. In diesem Fall wäre dies der erste Link, ein Update für den Adobe Reader unter Windows. Die Überprüfung auf bösartige Software der Kaspersky Internet Security müssen Sie jedoch nicht immer manuell starten. Viren entstehen nicht von selbst, ein Befall startet immer von außen. Deshalb ist es sinnvoll, jegliche Datenträger, die Sie einlegen, sofort zu überprüfen. Die Kaspersky Internet Security gibt eine entsprechende Meldung aus. In diesem Beispiel wird ein USB-Stick an den Rechner angeschlossen. Noch vor dem Ausholfenster, welche Aktion Sie durchführen möchten, erscheint die Warnmeldung der Kaspersky Internet Security 2010. Sie können den Datenträger vollständig oder schnell untersuchen oder die Prüfung überspringen. Bei geringen Datenmengen ist selbst die vollständige Überprüfung schnell abgeschlossen und Sie können Ihre Arbeit ruhigen Gewissens fortsetzen. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Manchmal hat sich ein Virus auf den externen Datenträger eingeschlichen. Wir nutzen einen harmlosen Testvirus zur Demonstration. Auch dieses Mal wird die vollständige Überprüfung angewandt. Ein rotes Fenster erscheint. Der Virus wurde entdeckt. Kaspersky Internet Security kümmert sich automatisch darum und färbt das Fenster grün, sobald die Gefahr gebannt ist. Nun ist Ihr Datenträger wieder sicher. Sie können sich natürlich einen vollständigen Bericht anzeigen lassen für weitere Informationen über die Bedrohung. Sie finden hier den Start der Aufgabe, den Fund des Virus, den Desinfektionsvorgang und den Abschluss der Aufgabe aufgelistet. Auch Ihre Aktivitäten im Internet stehen unter Schutz. Dateien werden bereits vor dem Download überprüft und bei einer Infektion gesperrt. Der Zugriff auf eine entsprechende Seite wird verweigert, eine entsprechende Warnmeldung erscheint, während der Virus identifiziert und geblockt wird.